Ich bin die Bombe! Das bin ich. Okay, gut. Und klar, ich bin vielleicht nicht der größte Vogelfan der Welt, aber dieser scheint was Besonderes zu sein. So wie ich. Okay. Aufbruch-Boom! ... Oh, das Level, da kann ich mich noch erinnern. Das war für einer mein Lieblings-Liebe. Der Weib und so ist da so geil. Oh, das sind diese Vögel, erinnern mich an etwas. Was zum? Hey, Fremder! Oh, ich meine. Tessa. Hi, Hallö, ich bin zu... Ah, sie kennen wir noch Skylands Swamp Force. Oh, warte, ich muss direkt den Skylander wechseln. Das ist nämlich Traptanum. Der hat aber auch geile Fähigkeiten, muss man sagen. Kann man sich auch irgendwie aufladen, ja. Ja, merkst du, der ist einfach sogar selber. Die kann da so kleine Bombenfreunde aufbeschören. Hey Skylander, hast du hier ein paar taube Nüsse rumhängen sehen? Hey, ich sitze hier, weißt du? Ich hab nicht dich gemeint, Dummkopf. Ich meinte diese magischen Boingonüsse, die hier wachsen. Wenn du einen nimmst und an so eine Stelle bringst, kablam, eine Rankenbrücke. Ja, hier kommt der erste Kampf. Wegen Trolle. Dann ruhig mal herkommen. Oh, na gut, jetzt hat er verfehlt. Ah, das muss sogar schauen, wenn ich Nüsse schon treffe. Ah, mein Scheiß mit dem Vogel werde ich mich nie gewöhnen. Oh, nice. Das passt ja sogar perfekt. Ich bin ja gar nicht nur G-Skalender. Ich spreng mir den Weg frei. Aber wie so oft, ich brauch hier leider wieder keinen, keine Münzen oder Gold oder sowas. Ich hab alle Fähigkeiten, ich hab den Max Meister drin. Ja, die sollen ruhig mal herkommen. Ja, die sollen ruhig mal herkommen. Das sieht gar nicht so aus. Von dieser Fächer, die ist voll stark gegen die. Ich würde es hier... Boah, die Countdown ist so noch nicht schnell. Und ich freue mich jetzt schon, wenn ich Himmelsteine erlade. Das macht so Spaß. Ich wünsche sogar, es würde ein eigenes Himmelstein schwergeben für Handy oder sowas. Auf geht's! Wir sind die Blockervögel, die Beschützer des Königshuhns. Wir lassen niemanden vorbei. Auch wenn wir ziemlich lange hier rumstehen und ziemlich hungrig sind. Okay, die wollen auf jeden Fall etwas zu essen haben. Auf jeden Fall so den Anschein. Nein! Ja! Mein Gunn Nesse! In dieser Zone sind Skyllinder des Liebens Elements sterbe. Die Zündschnur führt zum Sieg! Oh, da klettern mich hoch Ob ich schnell bin, kann ich den enthalten zu stellen Wir haben das Phönixhuhn gefunden Es ist irgendwo hinter dieser Tür, aber sie scheint versperrt zu sein Und vorne dran ist dieses komische, schlüsselförmige Loch Dann brauchen wir wohl einen Schlüssel, was Flint? Da kommt er doch gleich, oder? Es ist keiner drüben bei den Trollen sein Ah ja, ein Schlüssel, genau das Richtige für ein schlüsselförmiges Loch So ein Zufall Was gibt's hier drüben? Ah, hier brauchen wir nur was In dieser Zone sind Skyländer des Wasserfremens stärker Boah, man kann mit seiner Attack schon richtig krass spammen Ja, okay, da muss ich mich beeilen Ja, okay, das war fies Ja, okay, das war fies Sie sagt auch nicht, ist aufgeflogen Stellen wir dich auf jeden Fall sind Nur für zum Sieg Ja, ja, ich geb zu, dass es mich anfangs nervös gemacht hat zu sehen, wie du dich mit einem Bösewicht zusammentust Nervös und irgendwie auch hungrig Aber nachdem ich das gesehen Und ein Sandwich gegessen hab, sage ich BOOM Zu der ganzen Sache Wir haben doch noch nicht Okay, die Elf brauch ich jetzt nicht Hier ist der Schlüssel Hier ist der Schlüssel Doch, da ist er Na, jetzt ist der Junge Auf ihn hab ich mich am liebsten gefreut Der ist ein Legende Oh, der mich Oh, Junge, der ist echt stark Let's go Wie eine Rakete Kennst du das sonderbare Gefühl, dass du denkst, jemand beobachtet dich? Das bin ich Ich wache über jeden Er ist einfach Batman Okay Skylander, dann mal los Technologische Scanner Oh, Junge, ich kann nicht kaputt machen Ah, hier ist wieder der Chefkoch Was haben wir denn hier? Sieht wie ein Skylander aus, der die Vogelmama vor dem großen, bösen Chefkoch schützen will Ich will nur ein extra scharfes Omelette machen und alle in die Luft jagen Ist das so schlimm? Oho Sieht aus, als hätte dieser Skylander was gegen unser scharfes Omelette des Schicksals Ich weiß, ich weiß, klingt alles verrückt Schnappen wir ihn uns Ja komm, Arena Kampf Die soll mich mal, die soll uns ruhig versuchen Das ist nicht gut Nur nicht so schüchtern Kann auch nur schnell genug sein Dann werfen die nichts Der hier ist etwas zäher, als ich gedacht hätte Aber wie heißt es so schön Man muss ein paar Eier zerbrechen, wenn man ein Omelette machen will Und ich will ein Omelette machen will Den sollte man zuerst holen Vor allem noch die anderen die ganze Zeit heilt Vor allem noch die anderen die ganze Zeit heilt Oh, hat sogar eine Brezel getroppt Ah, kein Problem Alles kein Problem für einen Güpen Schützen Kann verstärken, kann man auch mal brauchen Das Rezept brauche ich wohl noch mehr, Bösewichte Skylander Ich hab nichts dagegen Es wird wohl Zeit für meine geheime Zutat Eine geheime Zutat ist ein fetter Vogel Den hol ich mir doch Fress dich zum Frühstück Ja komm, den hol ich mir doch hier sehen Ja komm Das ist nicht gut Der hat eine richtig krasse Reichweite Bei seiner Stampfattacke Kuckucklocker besiegt Den braucht man glaube ich auch sogar für die eigene Aufgabe am Anfang Das lief ja nicht so gut Aber ich hab noch immer ein Ass im Ärmel Ich bin es Chaos Was Wie kannst du nur meine Großartigkeit auspfeifen Chaos, deine sogenannte Großartigkeit braucht hier keiner Ich garantiere, ich habe alles unter Kontrolle Ha Ha, sage ich Du hast Glück Dass ich gerade hier vorbeikam Jetzt Sieh zu und erlebe Wie ein echter Meister die Skylander bezwingt Und nebenbei problemlos meinen Sabotageplan einwandfrei in die Tat umsetzt Oh Mann Das Phönixson ist gerettet Aber der Chefkoch hat ein Ei für sein scharfes Omelette des Schicksals ergattert Ist das denn wirklich so schlimm? Das klingt doch ganz lecker Das ist eine Bombe Flynn Schon vergessen? Ahja Dann jagen wir ihn besser nach Und essen dann danach irgendwo ein Happen Denn jetzt habe ich echt Hunger Okay Der Chefkoch ist auf der Flucht und ich habe mit meiner geheimen Ninja-Kommando Färtenlesekunst seine Position ermittelt Moment Wie genau verwendet man eigentlich geheimen Ninja-Tomaten? Nein, weißt du was? Schon gut Tolle Neuigkeiten, was? Flynn und ich fliegen den Skylander da raus und machen den Spinner endlich unschädlich Ich sollte euch warnen, dass der Chefkoch in einer Art Zeppelin rumgorkt Sieht ein wenig albern aus, aber hat ansehnliche Luftabwehr Deshalb habe ich Flints Schiff mit ansehnlicher Luftabwehrabwehr ausgestattet Boom Genau Und der Skylander, ein cooler Skelett-Typ hat nach dir gesucht Finde doch mal raus, was er will Finde doch mal raus, was er will Finde doch mal raus